Hallo, liebes Meditec-Team. Ich bin Andrea Eisert und habe seit gut einem Jahr eine Praxis für Physiotherapie. Heute will ich endlich mal die Möglichkeit nutzen, euch auf diesem Weg ein riesengroßes Dankeschön und Lob auszusprechen. Bei der Praxisausstattung habt ihr mich kompetent beraten, habt zuverlässig geliefert. Auch die ganzen Geräte, Materialien liegen, alles hat Top-Qualität und der Service stimmt. Ihr seid für mich ein wichtiger Partner im Praxisalltag geworden. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank für alles und macht weiter so.